Der Mensch hat das Geheimnis der Geheimnisse gelernt. Er ist ein Magier. Willkommen zum Alle-Zeit-der-Welt-Podcast. Heute reden wir, wie eben schon angekündigt, über Helena Blavatsky, die Gründerin der Theosophie, Influencerin der ersten Stunde und wegweisende esoterische Trickbetrügerin. Helena war im späten 19. Jahrhundert die international wohl berühmteste und berüchtigste Mystikerin, Okkultistin und